Wir haben uns hier heute feierlich auf neutralem Boden an der Dreifaltigkeitskapelle versammelt, um nach Jahrhunderten des schlimmen Streits endlich zusammenzuführen, was einfach zusammengehört. Ich begrüße als Friedenspatin für Urberach Miriam Kanyazzo und für Oberroden Steffi Gotter. Willst du, Urberach, vertreten durch Miriam, den Stadtteil Oberroden zu deinem friedlich angetrauten Nachbarort nehmen, so antworte laut und deutlich mit Ja, ich will. Ja, ich will. Und so frage ich auch dich, Oberroden, vertreten durch Steffi. Willst du den hier anwesenden Stadtteil Urberach zu deinem friedlich angetrauten Nachbarort nehmen, so antworte auch du laut und deutlich mit Ja, ich will. Ja, ich will. Dann erkläre ich euch hiermit feierlich zu friedlich angetrauten Nachbarorten in guten wie in schlechten Zeiten, bis dass eine neue Gebietsreform euch widerscheidet. Kriegsbeil ist begraben, angestoßen, Hammer. Jetzt ist Zeit für Geschenke und für Feierei. Ihr habt ja tatsächlich gegenseitig euch was mitgebracht. Ja, ein Peace-Zeichen. Das ist eine Vanille-Nutella-Mascarpone. So was ganz Leichtes. Ich habe ein Original-Oberroden-Trinkbrunn-Tröpfchen. Nein, wir hatten mal einen Trinkbrunnen und das ist das Wasser noch von da raus. Historisch. Das gegen alles hilft. Weil ihr ja so friedlich nebeneinander steht und alles wieder gut ist, ganz offensichtlich, haben wir auch einen offiziellen Friedenssong gemacht. Jetzt versöhnt, nie wieder Zwist und Streit. Zwischen Urberach und Oberroden herrscht jetzt Einigkeit. Ihr seid endlich Freunde.